Bibi und Tina sind zurück. Was? In Rotenboden gibt es bestimmt viele Kinder, die Lust auf Reiten haben. Ferien auf den Reinerhof, oder was? Na? Was ist das? Eine Tür. Ja, der scheint dich ja schon mächtig beeindruckt zu haben. Nein? Ach so. Wer sind die Schmelz? Wollt ihr wirklich bleiben? Ja. Ich bin frei. Ich zieh mich runter. Ich bleib hier. Irgendwas stimmt nicht bei denen. Ihr braucht doch die Kohle, oder? Jetzt holt den Gaul. Die sind doch echt anständig zu uns. Seh mal einen Supermarkt und sagst, hallo, ich bin anständig. Da kriegst du nix für. Ja. Sie wollen Fantastico? Los! Fairfait 1! Pferde! Der neue Film von Detlef Buck. Let's go! Regisseur von Bibi und Tina, Rubbel die Katz und Hände weg von Mississippi. Bibi. 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 Nordwind ist ein Elite-Undercover-Interspe... Ein Elite-Undercover-Interspezial... Sonderkomm... Kommando. Mit dem Ziel den... Ich verliere die Wette. Bring das für mich in Ordnung, alter Freund. Ich bin vielleicht kein großer Held, Maria. Aber ich schwöre von ganzem Herzen, ich werde nie aufhören, dich zu lieben.